Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Atze! Atze! Hallo? Hallo? Kann ich sehen, wer dran ist? Atze calling. Calling Atze. Is everybody on the phone? Yes, yes, yes. Ach, Mensch du. Das gibt's doch alles gar nicht. Im letzten Moment ist hier zum Aufnahmeplatz geschafft. Ach, wer verfolgt dich? Wen muss ich in die Schranken weisen? Wer bereitet dir da Unbehagen? Was, Komma, ist da los? Ja, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Druck auf höchstem Niveau. Ich hab heute Morgen verschlafen und als ich um 10 nach 9 wach wurde, hab ich gedacht, oh, das Bett hält so schön fest, das lässt einfach nicht los, da bleibst du einfach nochmal liegen. Ja. Und dann die Tagespresse durchgearbeitet bei einer guten Tasse Kaffee. Bohnenkaffee oder? Das war ein Cappuccino. Ah. Aber aus feinster Elbgoldbohne. Warum nicht zeigen, wenn es da gut geht? Ganz genau, ne? Immer alle signalisieren, hier ist das Zentrum. Ja, klein, 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 klein wohnt hier nicht. Ganz genau. Wir greifen oben an. Und was ist dann passiert? Dann bin ich auf Anweisung meiner Liebsten zum Edeka gegangen. Oh, so weit seid ihr schon. Ja, und hab mich hoch konzentriert, da durch die Gemüseabteilung gebunkert. Ich dachte, du hättest dich hochgeschlafen, damit du auch solche Ausflüge mal alleine machen darfst. Ja, so ist es ja auch. Ich hatte mich hochgeschlafen und durfte jetzt ganz alleine. Und es gab natürlich ein paar Hürden zu überwinden. Auf dem Einkaufszettel stand Pock Choi. So, und ich wusste nicht, wie das Gemüse aussieht, ne? Ja. Und dann hab ich eine Rentnerin gefragt. Die konnte mir dann auch sofort zeigen, wie Fenchel aussieht. Ja. Dann über die Heidelbeeren und Stachelbeeren weiter vorgearbeitet. Auf den Schrecken, als ich dann zurückkam, hab ich mich dann erstmal an die Alster gesetzt für eine halbe Stunde. Und du hast darüber sinniert, wie tragisch das ist, dass heute kein Mensch mehr Fenchel erkennt, oder? Ja. Ja, ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Oder wie Holbeck in seinem neuesten Roman beschreibt, dass ja früher, also die Generation vor uns, da haben die Frauen ja oft ihre Männer versorgt und wussten, wie man einen Haushalt führt, wie man kocht und so weiter. Und heutzutage hat sich das geändert, schreibt er. Aber nicht, weil die Männer das jetzt gelernt hätten, sondern weil die Frauen das auch verlernt hätten. Wie immer gewagte Thesen von Michel Holbeck. Und so ist es ja auch, heutzutage ist ja alles nur noch Fertiggerichte. Wer ist denn noch in der Lage, eine Soße richtig abzuseiern oder eine Suppe über drei Tage anzusetzen? Naja, auf jeden Fall war ich dann so im Zweiten zu Hause und hab dann endlich gefrühstückt. Ja. Dann war es Zeit für ein kleines Mittagsschläfchen. Ja, jetzt war ich noch mal kurz in der Stadt und deswegen war es jetzt so knapp. Aber ich hab's geschafft. Aber du, achso, und ich dachte, du hättest richtig einen Termin verschlafen, weil du... Nee, nee. Nee, nee, achso, ja, verstehe, verstehe, verstehe. Aber ich, also, es ist mir schon ewig nicht mehr passiert. Dass du einfach bis zehn nach neun pennst, oder was? Ja, und so lange. Ist das denn schon die senile Bettflucht, von der alle reden? Ich kann's mir nicht anders vorstellen, ne? Weil gestern Morgen... Und bin dann direkt schwimmen gegangen. Und du weißt ja, da, wo ich schwimmen gehe, bin ich ja immer der Jüngste. Ja. Oh Gott, ey. Ja, ich, du, mir geht das ja auch so, dass ich mittlerweile immer früher aufstehe und... Ach, ehrlich? Ja. Aber du bist doch nachts so lange wach. Ja, und das, äh, das macht mich so stutzig. Warum? Warum kann ich gleichzeitig immer früher aufstehen und trotzdem nachts so lange wach bleiben? Und das nervt mich an so langsam auch. Und, äh, dann krieg ich natürlich auch immer nur zu hören, ja, senile Bettflucht und das ist halt so bei alten Leuten. Und da kannst du auch ruhig mal sagen, pass auf, ich schmier dir gleich eine, bist du nur noch... Ja, aber du bist doch nach wie vor der Letzte, der bei euch aufsteht, oder nicht? Ja, das ist richtig. Das ist... Also, ich meine... Das ist völlig richtig. Ich hab da volles Verständnis, vor allen Dingen seit heute. Ja. Aber das heißt doch, dass das gar keiner feststellen kann, wann du aufstehst, oder? Äh, wenn alles gut läuft, ja. Das heißt... Also, ruhig verhalten... Jetzt sind aber Ferien. Jetzt sind ja Ferien. Ach du Scheiße. Ja, das sind ja erschwerte Bedingungen. Jetzt steht man morgens auf und da sind ja Menschen. Das ist nicht gut. Man spricht mich an. Nein, nicht gut. Das kann doch morgens nicht sein. Nein, da gibt's doch wirklich eisenharte Regeln. Bitte Papa nicht vor 10 Uhr ansprechen, wenn ja, das so vorbereiten, dass er sich nicht erschrickt. Und gibt's denn irgendwie eine Taktik, dass du sagst, pass auf, wenn ich bis zu dem und dem Geräusch liegen bleibe, meinetwegen Haustür, wird geknallt, dann hab ich's geschafft, dann bin ich in Sicherheit. Ja, das wäre schön. Die Zeiten, wo ich in Sicherheit war, die sind längst vorbei, die gibt es nicht mehr. Das ist alles durch. Das ist alles durch. Ich verstehe das System nicht mehr. Ich komme einfach nicht mehr mit, was mein Körper mir da auferlegt, welche Bürde. Das ist genauso, wie wir es uns vor zig Jahren ausgedacht haben. Bei unserer legendären Session am Pleistermühlenparkplatz. Achso, ja. Genau an dem Punkt bin ich jetzt einfach. Noch nicht mal auf dem Morgenschiss ist Verlass. Was ist denn da los? Du weißt ja, mein Oma hat immer gesagt, der Morgenschiss, der kommt gewiss und wenn es erst am Abend ist. Ja, aber du hattest doch feste Zeiten. Ja, so bitte. Das ist es ja. Und wenn man sich jetzt noch nicht mal morgens darauf verlassen kann, weil irgendetwas dieses mittlerweile fragile Konstrukt auseinanderdröselt, dann ist was im Busch. Das werden wir gleich besprechen. Vorher, meine Damen und Herren, grüße ich den Witwe-Bolte-Wagen der deutschen Comedy. Die Arschbombe-Royal im bürgerlichen Schwimmbecken der Vernunft und Sitte. Die Stretchlimo à la Bordeläse. Die Liebesorgel mit dem Unterleibsregister. Extraordinär. Den Komodo-Varan der Ekstase. Den Orca of Love. Den Predator d'Amour. Atze Schröder, sei gegrüßt. Ja, ich nehme die Wahl an, so viel kann ich schon mal sagen, zum letzten Mal, zwei letzten Mal vor der Sommerpause, damit alle schon mal nicht anfangen zu heulen. Nächste Woche gibt es noch eine Folge, diese Woche nehme ich die Wahl nochmal an, vermutlich nächste Woche auch, ohne Hellseher zu sein, aber ja, sehr schön, sehr schöne Begrüßung. Ich fühle mich mehr als willkommen hier und kann nur sagen, ich werde volle Leistung bringen, allerdings im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ja, du musst liefern, denn wir hatten letztes Mal festgestellt, dass deine Höflichkeit bei mir immer nachzufragen dazu führt, dass wir einige wichtige Punkte auf deiner Agenda nicht abgearbeitet haben. Mehr Kulpa Royal. Mehr Maxima Kulpa. Darum jetzt die Frage, was, Komma, war da los? Ja, ich war jetzt gerade im Alsthaus, weil ich brauchte neue Unterwäsche, respektive Unterhosen. Du warst in der Lingerie sozusagen, wie der Kenner genüsslich schnalzt. Ich wollte auch untenrum mal was anbieten hier zu Hause, komm rein und sag zur älteren Verkäuferin, ich brauche Unterhosen. Sie sagt lange, ich sage nein, ich will sie kaufen, ich möchte sie nicht ausleihen. Um den Witz auch noch gebracht zu haben. Natürlich. Nee, und ich bin ja kein Freund der Dreierpacks, weil das sollen ja... Warum? Nee, ich will sie einzeln auswählen, so wie man Koberinde auswählt oder wie man so gute Stücke Fleisch oder auch Melonen auswählt, die man in der Hand hin und her wiegt und deswegen jede Unterhose ein Einzelstück aus China mit dem munteren Aufdruck Schießer. Ja, aber ich habe den Gag letztens irgendwo gehört und für sowas bin ich ja zu haben. Ich brauche Unterhosen. Lange? Nein, ich will sie kaufen, nicht ausleihen. Das ist genau nach meinem Geschmack. Ja, das ist dieser Christoph-Chirurg mit dem Messerablenken, der hat mir die ganze Woche verfolgt. Das ist herrlich, oder? Das kann man mal sehen, wie leicht wir doch eigentlich zu begeistern sind. Ja, ne? Da versucht jeder den dreifachen Rittberger im Salto zu springen bei den Gags und dabei eigentlich will man doch nur lachen. Ja, gestern vier sich probiert, schmeckt wie Eistee. Kevin, 0,5 Jahre alt. Auch sehr gut. Ja, ja, ja. Ihr könnt ihn wie ausmachen. Schmeckt wie Eistee. Und genau so ist es heute. Herrlich. So, aber weiter im Takt, bitteschön. Also, die Unterhosen. Ja, ja, ja. Das war so ein Gammeltag heute. Da hat man mal Zeit für sowas. Wenn du irgendwann schnallst, so am frühen Nachmittag, alles, was du vorhattest, wird eh nichts mehr. Ja. Dann heißt es loslassen, nicht krampfach festhalten, nicht das Schiff in Schlingern bringen, sondern einfach Kurs halten und relaxen. Ja. Ja. Und deswegen habe ich mich auf das Gespräch mit dir heute auch so gefreut. Und vielleicht war es ja auch all das, was so passierte in letzter Zeit. Weil ich habe mir jetzt eben schon gedacht, dass du mich fragst und habe mal so versucht, auf dem Spaziergang aus der Stadt raus zu beleuchten, was mir alles so passiert ist. Und da war doch einiges dabei. Nein, allein letzte Woche, ich fuhr dann, ich meine Mittwoch, zur ZDF Comedy, ZDF Comedy Sommer in Köln. Ja. Und habe mir dann auch da, das war eigentlich eine ganz muntere Veranstaltung, Publikum war saugut drauf. Dazu gab es eine geile Zuschrift. Ja. Die möchte ich, die machen wir aber nachher. Ja, okay. Erzähl erst mal, das sah ja wirklich ganz nett aus da. Ja, das war super gemacht. Was ich so gesehen habe, die Bilder. Ja, 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 gute Produktion. Aber im Moment ist es bei den Produktionen so, dass du neben den Stammleuten viel neues Personal hast. Irgendwie durch die Pandemie sind auch wohl viele abgewandert. Das heißt, die Zeitpläne sind ganz anders als früher. Das steht dann auch schon mal, was weiß ich, 14 Uhr Anreise, 16 Uhr Maske, Auftritt 20, 51. Verstehe. Gott, hattest du Krieg und Frieden mit für die Pause. Bisschen was zum Lesen. Ich bin einfach zu 19 Uhr erst hingefahren und habe gesagt, ich hätte den Plan falsch rumgehalten. Und war dann trotzdem noch eine Stunde zu früh. Natürlich. Habe mir dann von Berliner Stand-Upern erklären lassen, wie es Stand-Up wirklich geht. Ah. Magst du keine Namen nennen? Wer war es? Nee, mach ich mal nicht, weil, ach, ich gehe mal davon aus, sie haben es gar nicht böse gemeint. Aber du denkst ja immer, komm, jetzt habe ich so viel Erfahrung, wenn da so ein junger Kollege oder Kollegin ankommt, kann ich ja bereitwillig aus dem Nähkästchen plaudern. Und mal so ein paar Tipps, Tricks, wen grätsche ich wo ab, wann mache ich hinten die Räume eng, wann mache ich das Spiel langsam, wann ziehe ich das Tempo an, die ganze Nummer. Ja, und dann, nee, aber keine Frage, ich kriege dir erstmal erklärt, wie es funktioniert. Und dann kommen ja immer die großen Namen, Louis C.K. und Ricky Gervais und wie die das machen. Louis Vuitton. Genau. Und dann, dann höre ich so zu und ich staune ja dann auch. Und so nach einer halben Stunde war ich selber davon überzeugt, dass ich erstmal überhaupt gar keine Karriere hatte und dass ich auch gar nichts drauf habe. Und dann waren die Kollegen so vor mir dran und dann habe ich so gedacht, so zwischendurch, jetzt so ein Lacher wäre gut. Und dann so nach fünf Minuten habe ich gedacht, wir sind langweilig. Und ich war schon wirklich eingeschüchtert, muss ich ehrlich zugeben, ich war ein bisschen eingeschüchtert, dass ich gedacht habe, vielleicht bin ich nicht mehr zeitgemäß. Und dann bin ich irgendwann auf die Bühne und habe so mein Ding da gemacht. Und jetzt ist das natürlich schwer, zu erzählen, ohne anzugeben. Aber ich kann nur so viel sagen, die Hütte stand komplett Kopf. Und ja, aber hinterher ging es genauso weiter, als wäre nichts gewesen. Also hinterher wurde mir nochmal wieder erklärt, wie es geht. Toll. Ich war begeistert. Schmeckt wie Eisdien, ne? Ja, genau so, genau so. Der hätte einfach mal gefehlt da in der Nummer bei den anderen. Das wäre ein schöner Anfangsgeck gewesen. Ja, ich, ich, du, pass auf. Während du ja steil nach oben gegangen bist, wirklich. Und du kannst ja, ich bin ja nochmal Anfang der 2000er Jahre einfach unten angekommen, mal wieder, ne? Ja. Nachdem ich meine erste Karriere in Sand gesetzt habe. Und weißt du, wie oft ich da irgendwo Backstage gesessen habe, bei irgendwelchen Mix-Juves und mir irgendwelche Leute erklärt haben, genau das, was du sagst, erklärt haben, wie das jetzt alles geht und so weiter und so fort. Und du sitzt da und dann, genau so habe ich das immer gedacht, ne? Und dann habe ich gedacht, naja, gut, ich bin jetzt Sir Edmund Hillary. Ich war zwar mal so da oben bei den Achttausendern, aber bin da runtergefahren. Dann höre ich doch jetzt mal mit Andacht zu, was die Jungen da so machen. Ja, man ist ja lernbereit, oder? Und dann denkst du dir, genau, dann spielen die irgendwas und du denkst, Leute, mehr als der Karla Asten wird es aber nicht, oder? Und ja, das ist manchmal erstaunlich, ne? Und da frage ich mich immer. Ja, aber genau das, was du gerade erzählt hast, ich will es nur nochmal unterstreichen. Man will ja auch und ich will auch neue Sachen erfahren und ich will auch sehen, wie sich Comedy verändert und speziell auch von den Frauen, die da auftreten, deren Sichtweise wissen. Ja, kann ich nur unterstreichen. Aber wenn dann jemand ankommt und dir einen erzählt, dann muss er doch eigentlich auch liefern, oder? Mal ganz vorsichtige Frage. Ja, das ist eigentlich auch mein Konzept. Und ich bin so fassungslos eigentlich, dass ich gerade so ein bisschen wirklich geknöttert hier klinge. Aber das ist genau der Punkt, ne? Man will ja, das kenne ich ja auch hier zu Hause, die Kinder erklären dir dann irgendwie etwas, wie das heutzutage alles so geht, ne? Du siehst allerdings nicht, dass sie es irgendwie auch so machen. Das ist ja auch ganz häufig so. Stimmt, stimmt. Das kommt auch noch hinzu. Da darf man aber wiederum dann nicht sagen, weil man dann natürlich nur ein alter, weißer Mann ist. Das ist ja auch okay, wenn die so jung sind, dann die müssen große Fresse haben und viel mehr ankündigen, als dann nachher kommt. Ja, absolut. Das war bei uns genauso. Mit 15, 16 das Maul vollgenommen. Und da muss man ab und zu einfach auch damit rechnen, dass man abgeduscht wird. Ist nun einfach mal so. Aber was war denn noch los? Du hast ja doch da mal beim letzten Mal erzählt, irgendein Hotel hast du dir noch auch los? Ja, ja, ja. Ein Restaurant, was war da los? Ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll. So langsam, es taucht ja in meiner Erinnerung das alles wieder auf. Ich habe einen Hund jetzt. Du hast einen Hund? Ja, ich habe einen Hund. Und zwar so einen kleinen Labrador. Aha, Bruno. Aber wie kam es dazu? Weil ich wollte ja ja keinen Hund. Ja, jetzt bin ich ja fälscht. Und da ist es dann immer basislos. Ja, lass mich erzählen. Wie du weißt, bin ich ja mit der schönsten Frau Hamburgs zusammen. Und wenn wir hier irgendwo essen gehen oder sonst irgendwas, wenn die da mit ihren langen Beinen und blauen Augen vorne weg marschiert und blonden Haaren, dann kriegen wir auch überall da einen Tisch, wo wir nicht reserviert haben. So. Hinterher kommen dann zwar immer nochmal so bei Instagram irgendwelche Sachen wie Gruß auch an deine Freundin und so. Das ist wirklich manchmal echt, wie soll ich sagen, so ein bisschen ernüchternd. Letztens noch mit Joja Wendt. Und kennst du seine Frau? Kennst du Jojas Frau? Nee, tatsächlich nicht. Joja kenn ich natürlich, klar. Deutschlands bester Pianist kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Unbedingt. Naja, auf jeden Fall. Wir wollten seit langer Zeit mal essen gehen. Wir haben mit ihm Essen in Winterhude. Und dann war seine Frau auch dabei. Die kannte ich auch noch nicht. Also so eine charmante, zauberhafte Hamburgerin, so trocken, beinhart in ihrem Humor, aber beinhart. Und wir hatten einen tollen Abend. Und auch hinterher hieß sie wieder von Joja, Mensch, schön, dass es endlich geklappt hat. Übrigens, deine Perle. Sensation. Wieder keine Rede von mir. Naja, man gewöhnt sich dran, wie du weißt. So, jetzt gehe ich hier unten auf der Straße lang und da kommt mir eine hochattraktive 30-Jährige entgegen aus unserem Haus und hat so einen jungen Labbi dabei. Ich schätze mal so vier, fünf Monate. Und ich bin ja auch Hunde begeistert. Und dann runter zu dem Hund und da ist ja heil. Und dann, weißt du, wenn der Hund dann das tut, was man so will, in dem Moment dann heilt. Du, was soll ich sagen, ich kenne mich halt aus mit Hunden. Ja, und dann guckt sie mich so an. Guckt so eine ganze Zeit, guckt so eine ganze Zeit. Und ich denke, jetzt kommt es gleich. Mensch, du bist doch Atze, oder? Also ich hatte innerlich schon den Stift gezückt, das Händen. Ja. War bereit für ein Selfie. Ja, ey, Hammer. Du hättest den Hund signiert. Ich hätte den Hund nicht nur kupiert, sondern auch signiert. Und dann sagt sie, du bist doch der Freund von dieser hübschen Frau, oder? Ja. Ja, und dann sag ich irgendwann, sag mal, um mir jetzt so ein bisschen mehr Nähe herzustellen, sag mal, ach, ihr seid auch hier im Haus. Das sind also Nachbarn von uns, ne? Sie und ihre Freundin haben hier so eine Wohnung gekauft. Vor drei, vier Monaten. Und dann sag ich so, kann ich denn was für euch tun? Ja. Das ist so ganz generös. Der berühmte Atze Schröder bietet seine Hilfe an, sozusagen. Ja, natürlich. Sie sagt, ja, du könntest Donnerstag von 11 bis 15 Uhr den Hund aufpassen. Habe ich mir aber zugesagt. Ich freue mich auch richtig schon drauf. Habe ich auch schon ein paar Leckerchen gekauft und so. Ich habe die Route schon ausgearbeitet. Ich weiß schon genau, wo es hingeht. Du, und da in den Ecken, wo der Lappen nicht hinkommt, dann legst du mal einfach mal so zwei, drei frohlich hin. Ganz genau. Dann wird das schön sauber geschleckt. Ja, aber da war es am nächsten Tag auch noch so. Ich gehe mit Perle dann hier entlang vorm Haus und da ruft sie schon von Weitem mit ihrer Freundin zusammen. Da ist ja, und ich denke, da ist Atze Schröder, da ist ja der mit der hübschen Freundin. Also ich habe jetzt einen Hund und eine hübsche Freundin. Ach, ich finde das ja so schön, dass dir das jetzt auch passiert, weil damit lebe ich ja schon seit zig Jahren. Das weißt du ja. Ja, ja, ich wusste, dass du jetzt die Schnauze nicht halten kannst. Nee, das musste ich jetzt tatsächlich wissen. Das kann ich nicht. Das ist mir ja vor 24 Jahren, als ich meine Frau kennenlernte, da habe ich ihr natürlich genau den eingeschenkt. Wenn wir hier durch Hamm gehen und so, jetzt denkt ja nichts dabei. Ich bin halt hier Top-Checker, Top-Typ, alles klar. Ja, und dann ist, ja, jetzt war ihr Vater Arzt. Ja, und jedes Mal kam also am Anfang einer auf mich zu und ich pumpte mich schon auf. Und da hieß es immer, ja, hallo, Sie sind doch die Tochter vom Doktor. Wie geht es denn dem Doktor? Herrlich. Und Ihre Schwestern. Ich mochte Ihren Vater immer so gerne. Ja, wo wohnt er jetzt? Ach, in Spanien. Ach, wie schön. Und in der Zwischenzeit, ja, ich bin in meinem ganzen Leben nie so gedemütigt worden, wie in den ersten vier Wochen, als ich mit meiner Süßen zusammen war. Ich dachte, du wolltest jetzt auf den Hund hinaus. Nein, 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 nein. Aber du hattest auch mal einen Labby, ne? Ja, ich hatte auch mal einen Labby. Wie hieß der? Der hieß Theo, tatsächlich. Das würde ja passen. Stell dir mal vor, wir würden uns hier treffen. Du mit Theo, ich mit Bruno. Ja, ja, das war ja Theo. Ich wollte ja eigentlich meine ersten beiden Sprösslinge oder Kinder, um es genauer zu sagen, sind ja aus erster Ehe. Und da wollte ich meinen Sohn vor 30 Jahren Theo nennen. Und meine Ex-Frau, also vor 30 Jahren, da gab es noch nicht diese ganze Paul, Willi, Karl, Welle und wie das alles so ist, sondern ich dachte, Theo, das klingt gut, Theo Hohneder, fand ich cool irgendwie. Ja, stimmt. Und nein, also es wurde sich dann anders entschieden. Ich kam damit nicht durch und ich durfte den Hund dann so nennen. Ach so. Das ist die ganze Geschichte. Aber du hast recht, das klingt gut, Theo Hohneder. Also phonetisch eine Eins, ne? Ja, jetzt hat der Junge heute auch einen super Vornamen. Das ist nicht so, also wir haben dann auch einen anderen Namen gefunden, der wirklich klasse ist. Aber ich fand das damals gut. Aber die Zeit, kannst du auch mal sehen, die Zeit war damals echt nicht reif dafür, ne? Das, ja, es gibt so Modenamen, eben auch bei Hunden, ne? Ja, und 92 gab es einfach diese alte deutsche Vornamenwelle noch nicht. Das war damals noch nicht aktuell. Naja, langer Schwede, kurzer Finn. Wir machen weiter. Ja, ja, ja. Ja, was war sonst noch los? Ach, wo war ich denn überall? Scheiße. Wo war ich? Ich war am Sonntag noch mit jemandem essen, der jetzt demnächst 60 wird, ne? Aha. Und dann meinte ich noch so, ja, dann so den 60. Kann man ja auch schon wieder kleiner feiern, ne? Der 50. ist ja meistens groß. Und, ja, er so extrovertiert sagt, nein, der wird doppelt so groß. Und ich weiß noch, wie er beim 50. auf der Bühne stand mit seiner alten Punkband. Aha, ja. So, und jetzt musst du dir vorstellen, und das ist eigentlich so lustig, wenn du dir das vorstellst. Pass auf, er, erfolgreicher Unternehmer, hat aber früher in einer Punkband gespielt, ne? Ja. Sie eher so Typ, teure Frau, immer die neuesten Prada, Gucci, Cha-Cha-Cha, ne? Die ganze Nummer. Aber aus Liebe steht sie natürlich vor der Bühne, als er da mit seiner Punkband aufgetreten ist, ne? Sie ist eher so, ich würde mal sagen, so eine Chartmaus oder so, oder Rave vielleicht, ne? Ja, sie steht da halt mit ihren teuren Klamotten und langen Fingernägeln. Und er spielt mit seiner Punkband, damit konnte sie sichtlich nichts anfangen, weil sie aber höflich sein wollte, hat sie so ein bisschen mitgetanzt. So, jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du 20 Jahre nicht mehr mit deiner Punkband gespielt hast, da klingt ja auch alles wie scheiße, ne? So, das heißt, der Rest der Truppe hat sich aus dem Saal verabschiedet, sie konnte aber nicht, weil sie musste ja loyal bleiben. Jetzt steht da so eine Gucci-Prada-Maus vor der Bühne, tanzt unkoordiniert. Und Vati steht auf der Bühne zu 50. und singt seine alten Punk-Songs. Was weiß ich, kann Erbsensuppe schwul sein und gucken. Aber das war ja nur der Gesprächssinn. So, wo war ich denn überhaupt? Achso, ja, ich bin ja dann die Woche vorher, habe ich ja so verschiedene Open-Airs gespielt und bin gefahren von Olpe nach Paderborn. Einen Tag Olpe gespielt, nächsten Tag Paderborn. Einmal quer durch Sauerland. Till, wenn du noch einen Beweis brauchst, dass das Klima ein Eimer ist, dann fahr mal einmal durchs Sauerland. Ey, das ist wirklich unglaublich. Wenigstens die Hälfte der Wälder sind abgestorben. Und zwar wirklich absolut sichtbar. Das ist ein ganz dystopisches Bild. Totaler Wahnsinn. Mir stand der Mund offen, weil ich mag ja so schöne Landschaften und kann mich richtig dran erbauen. Aber da war teilweise nichts mehr, ne? Da waren nur noch kahle Hügel oder so abgestorbene Bäume. Ja, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben oder ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war doch Ende April mit unserem Spreuzding zum Geburtstag in For Fun, war das genau. Ist ja nicht auch im Sauerland. Das ist doch da im Bestweg, genau. Ja. Und da ist uns das auch aufgefallen. Wir sind da teilweise durch sehr schöne Gegenden gekommen, wo die Kinder gesagt haben, ist das schön. Und dann passiert da genau das, was du beschrieben hast, immer wieder ganz krasser Szeneriewechsel und alles verwüstet, abgeknickt, abgestorben, gespenstisch. Ja, gespenstisch, genau. Das war das Wort, was mir fehlte. Wirklich, gespenstisch. Und das hast du jetzt auf dieser, und ich hab dann nur gedacht, okay, weil ich jetzt nur sozusagen, naja, wir sind über Arnsberg dann hochgefahren und ich hab dann gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht hier nur so ortsbedingt, ne? Aber wenn du dann quer durchfährst, dann ist das ja wirklich, oh, das war ja, kann ich mir richtig vorstellen. Ja, aber dann passiert was wiederum Gutes und zwar, genau auf halber Strecke haben wir dann übernachtet und da hat ja die Agentur ein Hotel klargemacht und ich denk so, ja, was ein Sauerland, ey, was soll denn da jetzt kommen, ne? So maximal mehr Kürstandard. Da kommen wir in Schmallenberg ins Hotel Daimann, quasi schon mit Wut im Bauch, weil es ja mit Sicherheit scheiße ist, ne? Ja, und dann nachts um zwölf, halb eins, ja, Mensch, Herr Schröder, schön, dass Sie da sind, wir haben doch so ein bisschen was vorbereitet zu essen und so, was ist denn hier los? Ey, ein Wahnsinns Hotel, Hotel Daimann in Schmallenberg, fünf Sterne, dann Zimmer, kommst ins Zimmer rein. Echte Sterne aber dann, ja? Aber echte Sterne, also da muss ich... Nicht die Metaxa-Sterne. Nee, da muss ich den Busch aller drab, glaube ich, anstrengen, um da ranzukommen. Und dann stimmte wirklich alles und dann auf jeden Fall ein Bombenzimmer, dann bin ich morgens auch relativ früh wach geworden, bin erstmal so anderthalb Stunden wandern gewesen, was sehr schön war, ein Schmallenberg und dann sitzt du beim Frühstück, ja, guten Morgen, Herr Schröder, der Chef wartet auch schon, da kam der Chef und da stellt sich raus, der Chef von diesem super Hotel, eins der besten Hotels in Deutschland, wirklich, ist ein Kumpel von Töne. Ein Kumpel von Töne, ja. Gibt's doch gar nicht. Unser Manager, unser alter Freund Töne. Aber ey, du rechnest mit nix und dann taucht so ein Ding auf, ne? Mit riesen Wellnessbereich, großen Bädern und Pools, ey, das ist totaler Wahnsinn. Ja, oder? Das ist das Erste, was ich, das gibt's doch alles. Hast du sowas schon mal gehört? Nein, das darf nicht wahr sein. Kannst du jetzt verstehen, warum ich letzte Woche so konsterniert war, weil ich nicht mehr zu Wort kam? Ja, das ist absolut richtig. Ich kann mich nur im Nachhinein nochmal hier entschuldigen, dass wir diesen Fünf-Sterne-Bunker einfach komplett erst jetzt kennenlernen dürfen, diese Woche. Aber war denn da auch dann immer noch alles kaputt im Wald? Ne, da in der Gegend geht's komischerweise. Wie gesagt, ich war vor dem Frühstück noch einen längeren Spaziergang, so von anderthalb Stunden gemacht. Da sah es richtig gut aus. Also absolute Empfehlung an alle. Das ist jetzt keine Werbung, das war einfach wirklich richtig geil da. Aber sag mal. Ich glaube, man muss auch ein bisschen Geld mitbringen, ich vermute immer. Ja, okay. Aber sag mal, meinst du, das sind noch die Sturmschäden von Küril und diesen ganzen... Ich weiß es nicht, wie man hört, sieht es ja im Harz ähnlich aus, so rund um den kahlen Asten, machen sie, glaube ich, dem Namen alle Ehre. Du meinst, im Harz ist aber der Brocken, glaube ich. Ja, ja, Entschuldigung, ich habe mich vertan. Der Brocken, der unbehaarte Brocken. Der unbehaarte Brocken? Wo war denn nochmal der kahlen Asten? Im Sauerland. Ach, der ist auch mal im Sauerland? Ja, Winterberg. Ist das denn so, Förster-Cousinen, wenn wir Cousinen-Förster haben, Leute, was ist da los? Ist der Wald da kaputt? Sind da Sturmschäden? Ist das Monokultur oder wie sich das nennt? Das ist da nur Fichte oder was weiß ich. Keine Ahnung, klärt uns doch mal auf, wir wissen es nicht. Ja, wir als Laien würden jetzt sagen, das sind so Monokulturen, weil überall stehen dieselben Bäume. Da ist auf jeden Fall kein Mischwald, den man da sieht. So viel kann man schon mal sagen. Und warum ist das zum Teil dann so kaputt, so wie Atsu und ich das beobachtet haben? Das würde mich wirklich mal interessieren. Schreibt uns bitte an zärtliche-cousinen.de. Das ist ja interessant. Ja, und wie das Leben so im Sauerland ist. Und warum gibt es da ein Fünf-Sterne-Hotel? Weil früher hieß es ja immer, die Sauerland ist die DDR der Bundesrepublik. Ja? Ja, ja, ja. Ich weiß das nicht so, ich werde ein Verwandte in Brilon, das ist ja auch im Hochsauerlandkreis. Ja. Ja, da war es immer so schön. Der wohnte da so schön an der Pulvermühle, so hieß das tatsächlich. Da war so eine Holzhütte und ich weiß, dass ich da als Kind wahnsinnig gerne war. In Brilon gab es ein Waldfreibad. Und mein Onkel Hans, der hatte auch damals so einen 3-Liter-CSI-BMW anfallen. Das Auto habe ich vor Augen, ey. Das war der Wahnsinn. Das war das Höchste der Gefühle, oder? Im Blau-Metallic. Und ich weiß auch, wie ich dieses Auto angebetet habe als Fünfjähriger Dötz. Und wir da, wie gesagt, zwei Jahre hintereinander Urlaub gemacht haben und ich das immer sauschön fand. Und da auch jedes Jahr dann zu Weihnachten Tannenbaum geholt haben von Onkel Hans Grundstück. Ja, aber vor Tudin, schön fand ich es da jetzt auch. Also speziell unter den Voraussetzungen. Deswegen kann ich jetzt da nicht so, weil du gesagt hattest, das nannte man früher die DDR, der Bundesrepublik. Da ging es so ein bisschen, alle so ein bisschen hinter den Mond. Darum ging es, glaube ich. Ach so, darum ging es mehr. Das Dahl der Ahnungslosen. Und das ist ja im Schwarzwald ähnlich gewesen. Ja, ja. Ja, da hat ja auch hier Jürgen von der Lippe gerne immer als Hubert von Lippenblütler, glaube ich. Ja, so ist das nur ein Mal im Sauerland. Und du wirst das denn wohl auch denn immer sein. Da waren ja auch mehr so die Sauerland-Jokes und sowas alles. Ja, ja. Apropos Sauerland-Jokes, hast du dieses Video gesehen von Friedrich Merz, wie er getanzt hat? Ja, das war einfach nur schön, oder? Ey Gott, ey, Gott, ey. Ich habe mir das, glaube ich, mit offenem Mund mehr als eine halbe Stunde lang angestarrt in Endnusschleife und habe nur gedacht, mein Gott, was, wie kann man, ich, wenn ich schon… Der ist auch Sauerländer, oder? Ja, Arnsberg, natürlich. Ach so, ja. Also, dass er kein Brasilianer ist, konnte man da auf jeden Fall sehen. Es ist ja einfach, jetzt kann sich keiner, es kann sich ja keiner unbedingt wie die Lambada-Könige bewegen. Aber das hat da auch etwas so wie, ich gebe mich mal volkstümlich, ne? Ich shuffle mal so ein bisschen, ich mache mal einen auf locker. Ja, und all das strahlte diese Körperhaltung aus, es war einfach nur falsch. Es sah auf jeden Fall nicht nach richtigem Bock aus, ne? Nein, genau, es sah einfach nur falsch aus, wie Arnsberg Schaffler, wie ich ihn nannte. Oh Gott, ey. Wenn so einer einen so auf richtig jugendlich machen will, ne? Oh Gott, ist das schrecklich gewesen. Der Arnsberg-Salzer. Ja, super. Herrlich, ach ja. Oh Gott. Ja, und um das jetzt noch abzuschließen, woran ich mich halt noch erinnern kann, ist halt, ach so, mehrere Sachen tauchen da jetzt in meinem Hirn gerade auf. Ja. Dann ging es von Paderborn nach Flensburg. Bah, das ist aber ein wilder Rett. Ja, und zwar erst nach Hamburg, nachts nach Hamburg, dann nächsten Mittag, Regionalexpress bis Flensburg, RE7 von Hamburg, Dammtor aus. Aha. Und dann waren wir da auf einer Hochzeit und jetzt halte ich fest, also ich mache jetzt auch die nächsten vier Wochen keine Werbung mehr für irgendwelche Hotels. Ja. Und nach da denkst du ja, ja, Flensburger Förde, so das quasi Deutschland am nördlichsten, was soll da schon sein, ne? Ibis, Ibis Budget, ne? Ja. Ibis jetzt auch für den kleinen Geldbeutel sozusagen, ne? Und da ist ein Privathotel, das James, ne alte Industrieanlage umgebaut zum Hotel, das geht nie gut, hab ich nie erlebt. Also normalerweise hast du dann den Lichtschalter drei Meter vom Bett entfernt und die Steckdose fünf Meter, ne? Aber kennst du das Gastwerk in Hamburg? Ja. Ja, ja. Aber das ist nicht so schlecht, oder? Nein, das ist nicht so schlecht, das ist nicht so schlecht. Aber auch da hast du, machst du Kompromisse, ne? Ja, das stimmt. Und in dem Hotel, ich weiß nicht, wer es geplant hat, ich recherchiere noch, wer es gebaut hat, ey, ich hab da ja schon gesucht, das gibt's doch gar nicht. Auch wiederum, fünf Sterne, dann eigenen Bauernhof, wo selber geschlachtet wird und Gemüse gezogen, Topküche, Sushi-Restaurant, Sterneküche, alles da. Ey, das erwartest du doch nicht in Flensburg. Jetzt hatten wir auch noch schönes Wetter, wir waren auf eine Hochzeit eingeladen, sind einen Tag eher hingefahren, Freitags, dass wir nicht am nächsten Tag da so abgehetzt ankommen. Äh, die Hochzeit auch wunderbar, so eine Grillparty, äh, ganz locker. Und dann war das Wochenende zu Ende, du leck mich am Arsch. Zwei Hotels nacheinander, musst dich verkraften, ey, das kannst du doch, das ist, da wirst du doof, wirst du doof. Wo du dann so auf Krawall gebürstet bist und dann immer nur sagen musst, ja schön hier, schön hier, schön hier. Auch der Service, alle richtig. Ey, du hast aber auch wieder Einzelschicksale hinter dir, mein. Ja, jeder Abend wäre abendfüllend, wenn man denen nacherzählt. Auf dieser Hochzeit, ich würde mal sagen, Lehreranteil 78 bis 80 Prozent und zwar junge Lehrer, mittlere Lehrer, Lehrer ad. Nee, führt allerdings auch dazu, dass, weil, das ist jetzt mal einfach meine Beobachtung, wirst du bestätigen oder nicht, viele Lehrer doch kulturell sehr interessiert sind. Das hängt wahrscheinlich einmal mit dem Berufswunsch zusammen, zum aller, viele Lehrer spielen ja zumindest rudimentär irgendwelche Instrumente. Also, der Anteil der Beatles-Fans war da, glaube ich, sehr hoch. Da können die Beatles ja nichts für. Nee, 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 aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ja. Lehrer sind ja qua Beruf schon etwas mehr auf Kultur ausgerichtet, ne? Weil sie das ja im günstigsten Fall auch weitergeben wollen. Müssen. Und müssen, ja, sie treten ja nicht unbedingt vor Freiwilligen auf. Im Gegensatz zu uns. Und dann war da so ein Typ, ich würde mal sagen, so an die 70, matte, also was siehst du ja auch dann nur so in dem Kreis, matte, dick, fetten Ohrring, also wie gesagt, so 70, ne? Etwas dicker, T-Shirt, so bis zum Bauch ausgeschnitten, hatte seinen Enkel so seitlich auf der Hüfte und ging ans Kuchenbuffet. Und ich wollte ihm helfen und sag, was brauchst du denn hier? Nee, nee, ich mach das schon, sagt er. Er nahm so mit der rechten Hand den Teller, mit der linken Hand hielt er den Enkel so auf der Hüfte und dann mühte sich da einen ab mit dem Tortenheber und dann sag ich, komm jetzt lass dir doch mal helfen. Und dann flüsterte er mir nur zu, ich will doch, dass die anderen sehen, wie ich es drauf habe. Ah, okay, da hatte ich natürlich vollstes Verständnis. Natürlich. Das war auch derselbe, der dann so kurz nach dem Abendessen den ersten Joint auspackte. Ist das nicht einfach großartig? Die alten Kiffer natürlich. Ja, ja, tolle Gesellschaft, wirklich, egal wo du dich hingewandt hast. Es gibt ja manchmal so langweilige Partys und das war so das Gegenteil davon. Egal wie du dich gedreht hast, du konntest überall tolle Gespräche führen. Ich habe Flensburg wunderbar auch in Erinnerung, wirklich schöne Bummel und tolle Innenstadt und ach, ja, ich fand es auch immer sehr schön. Ja, und die Leute cool drauf, hat mir echt gut gefallen. Ja. Ja, dann lass mal über Wichsen reden jetzt. Nein, Feuer, bevor wir darüber reden, wollte ich dich fragen. Also, Ingo Nomsen, Ingo Nomsen, der hat mir mal erzählt, dass er mit einem älteren Schauspieler in der Maske gesessen hat. Wie spricht der über mich? Nein, nein, der Typ war so Ende 70, hatte eine super Haut und sah ganz toll aus. Und dann hat Ingo ihn gefragt, du siehst so gut aus, warum ist deine Haut, warum siehst du denn so frisch aus? Und dann war die Antwort von diesem Schauspieler, von diesem älteren, ich nehme keinen Aftershave, ja, und Ingo dann, sondern, und der dann, ja, Urin. Da sind wir wieder bei Karl-Thomas Buch. Und, ja, und, also Ingo hat sich auch sehr gewundert, aber die Maskenbildnerin, die ihn gerade geschminkt hat, die war, glaube ich, noch etwas irritierter. Die wetscht sich noch heute in die Hände. Nein, aber, da wollte ich auch fragen, meinst du, wir sollten damit mal anfangen? Ich weiß nicht, ich bin ja kein Typ für mich. Oder soll ich doch bei Aqua Di Joe bleiben? Ja, ich glaube, bleibt man dabei. Ich fand es unglaublich und wollte dich fragen, ob du da überhaupt ein Gedankmal daran verschwenden würdest, auch wenn dir das einer sagen würde. Ich meine, das kann man doch nicht machen, das kann man sich doch nicht ins Gesicht schmieren. Ich weiß nicht, es gibt ja so ein paar Spezialisten, kam Thomas, ne, mit ihrem Buch, ein ganz besonderer Saft, die schwirren ja darauf und es gibt ja so Therapien mit Eigenurin. Es gibt ja auch so Cremes, wo ein bisschen Urinanteile drin sind, ne? Ja. Wie nennt sich das? Urea. Urea, ja, Urea. Ja, ich weiß nicht, da müsste man jetzt mal einen Hautarzt befragen, was der so sagt. Ich habe mir früher immer sehr gerne Urea Heep gehört, ne, Lady in Black. Entschuldige, den konntest du nur wirklich nicht liegen lassen. Ja, und da sind wir auch schon beim Thema Wichsen. Und zwar, kennst du die Band Wichsen? Mit X geschrieben. Ja, genau. Und mit V geschrieben. Mit V vorne, ja. Ne, kenne ich tatsächlich nur vom Namen her. Und, äh, also ich hatte, ich habe die sogar schon mal live gesehen, äh, Arim Schulze, Schulze, ja, der frühere Tontechniker von Scorpions, mit dem war ich so einigermaßen bekannt und deswegen haben die Scorpions hier und da mal besucht. Und, äh, bei einer Tournee spielte Wichsen im Vorprogramm. Und zwar nicht nur auf der Europa-Tournee, auch glaube ich, äh, USA-Tournee. Für die Amis ist das Wort nicht ganz so schlimm, sagen wir es mal so. Ja, es ist nicht so belastet wie bei uns. Ja, äh, sie wurden auch nie groß angekündigt, fingen einfach an zu spielen. Das ist ja so eine Frauenband, ne? Ah. Und, äh, ich sag dir mal gleich, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar, äh, wie gesagt, ich habe sie öfter gesehen und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch ein schöner, ein schöner Wortgag hier erstmal, ne? Ja. Lass uns über Wichsen sprechen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann nehme ich dich doch in die Spotify-Liste. Schön. Ja. Die Top-Nummer von Wichsen, der Frauenband aus USA. Ja. Und da habe ich mir so die drei Top-Nummern angehört, aber das kann ich weder dir noch sonst jemandem antun. So schön der Gag auch ist. Und ich bin drauf gekommen, weil ich was über Russ Meyer gelesen hatte. Ah, den, äh, den, äh, den, äh, den König der, der großen Brüste. Da hießen die Filme bei dem nicht auch immer Wichsen? Ja, der berühmteste heißt, äh, Super Wichsen, ne? Super Wichsen, genau. Ja, 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 äh, Eruption, Super Wichsens Eruption Film. Äh, und er ist Autor, äh, war glaube ich Kameramann und Regisseur in einer Person. Ja. Und jetzt, äh, frage ich dich, wo ist der Film im deutschen Fernsehen gelaufen? Der ist nämlich schon im deutschen Fernsehen gelaufen. Ich würde natürlich, äh, bei RTL Rammeltöten lallen, würde ich jetzt mal vermuten. Nee, der ist bei, bei Arte gelaufen. Wahrscheinlich, ja, ja, ich hab's mir schon fast gedacht. Und, äh, die Zeit reicht hier nicht, äh, ich kann nur jeden auffordern, mal, äh, die Inhaltsangabe des Films zu lesen. Weil, das liest sich, es ist, du willst den Film dann eigentlich auch unbedingt sehen, weil es so beschrieben wie ein Krimi, wo aber immer irgendwelche Frauen mit Riesenbrüsten auftauchen, die dann wieder Probleme bringen, die es zu überwinden gilt, ne? So, und, äh, Arte schreibt über den Film, die Story über einen jungen Mann auf der Flucht vor der Polizei nach Westen diente Meier in erster Linie dazu, die Sehnsüchte seiner Zuschauer zu verspotten, indem er sie ihnen gewaltig übertrieben und bösartig zugespitzt auf der Leinwand präsentierte. Sex und Sadismus in Rheinkultur auf bissige Weise vorgeführt. Und, ey, damit hättest du heute, glaube ich, keine Chance mehr, ne? Der Film ist von 75, also Mitte der 70er Jahre, da konntest du sowas bringen, der lief bei Arte. Unglaublich. Hammer, ne? Ja, das wird ja wahrscheinlich so, sozusagen als, äh, Querverweis, dass, äh, das doch eigentlich, ähm, sozusagen ein kultureller Film ist, ne? Wahrscheinlich, ja, wir haben ja auch schon oft drüber gesprochen, die 70er, wirklich das hedonistische, ähm, äh, Zeitalter und, äh, ja, wo, wo vieles, was damals passiert ist, wirklich an Filmen und, äh, sowas alles, heute einfach überhaupt nicht mehr denkbar ist, weil die Zeit sich einfach weitergedreht hat. Absolut, und da haben wir ja auch beim letzten Mal schon was dazu gesagt, aber in dem Fall oder in solchen Fällen, und da wirst du sicher auch die einen oder anderen Musiktitel haben oder den einen oder anderen Film, wo es einem dann so leid tut, dass einfach diese ironische Distanz nicht mehr da ist, ne? Ja, ja, absolut, das, das, ja, ich, ich glaube, dass ja, ich meine, sogar, dass sogar die ersten Oswald-Kolle-Filme ja eigentlich auch ganz, ganz ernst gemeint waren, glaube ich, ne? Ja, Aufklärungsfilme für eine überprödisierte Gesellschaft, oder? Ja, 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 genau, und, äh, das ist dann natürlich alles irgendwann total verkommen, ne? Ja. Ja, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich, ich musste mich auch selbst, es gab, äh, hier eine Zuschrift, weil ich ja über Rockset gelästert habe, und natürlich war mir klar, sofort, irgendjemand, ein Rockset-Fan hat mich dann angezählt, und, äh, was weiß ich. Leute, das ist einfach so bei mir, 90er-Jahre-Musik habe ich fast durchgängig Probleme mit, weil, äh, ich natürlich als Tourmusiker, äh, im Auto gesessen habe, stundenlang und Radio gehört habe, ich, 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 natürlich ertrage ich Rockset nicht oder Phil Collins, und da muss mir auch keiner erzählen, dass das intelligente Popmusik ist, ich hab das einfach, das ist einfach, ich hab zu viel davon, weißt du, was ich meine? Ja, 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 ich, äh, ich weiß genau, was du meinst, das, ich hab das so. Es gibt Stücke, die sind einem auch kaputt gespielt worden, systematisch. Ja, ich weiß noch, das erste Stück von Rockset, She's Got The Looks, äh, oder She's Got The Look, fand ich sogar echt ganz okay, und, wie gesagt, und dann sitzt du in den 90ern jeden Tag im Auto, vier Stunden, und du fährst durch ganz Deutschland, und du hörst nichts anderes als, Oh, thank Christ, it's another day for you and me in paradise. Or-gi-na. Ui, ich hab ihn jetzt mal extra richtig genau nachgemacht, ne, damit nicht jemand sagen kann, du hast ihn falsch nachgemacht. Nein, nein, damit es dir auch kein Platz mehr für Interpretation bleibt. Ja, äh, ich, ich, ich ertrage es einfach nicht, ich, das geht mir mit Rockset so, mit Phil Collins und mit vielen anderen Nummern, äh, und deswegen bitte, Leute, hört auf mir deswegen zu schreiben. Ich, 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 bitte, ich, ich werde meine Meinung nicht ändern. Genau, und wenn das nicht aufhört, werde ich mir eiskalt von Wichsen die ungarische, das ungarische Volkslied Fötzelek wünschen. Ganz genau, und zweitens, was geht mich euer Elend an, das kann, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ja, das, das gibt's ja, sag mal, da sind wir ja, ähm, weißt du, was ich gemacht hab, ich geb's auch gerne zu. Ja, ich hab, äh, Achtung, Leute, Achtung, Achtung, Leute, Guilty Pleasure, ich hab Obi-Wan Kenobi, die Serie geguckt, ja, Disney Plus, ja, ich weiß. Findest du das so schlimm? Ich weiß zwar überhaupt nicht, worüber du sprichst, ehrlich, nicht? Ja, Star Wars, Obi-Wan Kenobi, ne. Und ist das nur über diese spezielle Figur, oder ist das? Ja, ja, genau, er setzt so ein bisschen, äh, setzt so ein bisschen ein vor dem ersten Film, The New Hope, äh, wo Alec Guinness dann, äh, 1977, den, äh, Obi-Wan Kenobi, den Ausbilder von Darth Vader sozusagen gespielt hat. Und, äh, ja, ich, ich hab einfach, ich hab einfach wirklich so eine Schwäche für dieses ganze, für diesen ganzen Star-Wars-Schrott. Ey, da hab ich, da hab ich völliges Verständnis für. Das ist natürlich alles völlig Hanebüchen und das ist wirklich schlimmer als die Gebrüder Grimm zum Teil. Aber ich, wenn da so ein Lichtschwert ist, äh, 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 und irgendwelche Steine mit so einer Hand hochgehoben werden, nur mittels Konzentration, ich muss da einfach hingucken. Ich weiß, dass das totaler Blödsinn ist, aber ich freu mich. Ich hab, ich hab mich dann auch amüsiert, weil ich hab dann Ewan McGregor, ich glaub, er war bei Jimmy Kimmel oder bei Jimmy Fallon, ich weiß es nicht mehr genau. Ja. Und er wurde dann gefragt, äh, ob er dann in der Öffentlichkeit erkannt wird. Ja, sagt er, natürlich und ab und zu wird er so, wenn er so an eine Flughafentür kommen würde, an so eine automatische Tür, da wird er immer diese, diese Jedi-Ritter-Bewegung machen, dass er die praktische, mit seinen Gedanken öffnet die Tür, ne. Ja, das geht gar nicht. Das amüsiert mich zu Tode einfach, damit ich mir das vorstelle, wie die Leute dann glotzen und er einfach so, weißt du, wie so ein Magier die Tür öffnet und kann mir vorstellen, was er da für diebischen Spaß hat. Hast du auch so Guilty Pleasures? Äh, ja, hab ich. Und zwar, äh, also der schlimmste Film ist sicher, äh, Slappin' Bitches, da geht's, also ist gar nicht so weit weg von, äh, Russ Meyer, obwohl der Film viel, viel neuer ist. Und das sind drei gutaussehende Frauen, äh, hauen sich in der Morave-Wüste, weil das Auto liegen geblieben ist, im Prinzip 90 Minuten was auf die Fresse. Also das ist auch schon mal für Spezialisten. Okay. Dann gibt's einen Film, der sich sogar an einem, äh, wo ich bei Tönen auf totale Ablehnung gestoßen bin und auch hier und da, äh, doch, sagen wir mal, verwundertes, äh, schmerzversehrtes Gesicht ernte. Und zwar ist das No Pain, No Gain. Das mit The Rock Johnson, Dwayne Johnson und Mark Wahlberg. Und die spielen einen echten Fall nach, den es in Miami so gegeben hat, glaube ich, in Miami oder in Los Angeles, wo so Gangster zu blöd waren, jemanden zu erpressen. Und, ey, das ist wie mit unseren Flachwitzen. Über so was kann ich mich schlapplachen. Ey, Töne war entsetzt. Töne war im Kino mit Perle und die sind, glaube ich, nach einer halben Stunde rausgegangen. Ich hab den Film, glaube ich, schon fünfmal gesehen. Okay. Aber jetzt, jetzt, jetzt kommt Zündstoff. Warte, ich hoffe, das passt heute noch mit rein. Dann können wir auch ganz schnell abhandeln. Ja. Jetzt bin, pass auf Leute, jetzt mach ich mal den Till Hohen, Eder. Don't believe the hype. Ich weiß, ihr werdet mich gleich alle hassen. Der neue Top Gun, Maverick, ne, Top Gun 2, ist ja angelaufen. Sensationserfolg, schon über eine Milliarde eingespielt. Ja. Internet Movie Database ist voll des Lobes. Films, Starts beurteilt den Film gut. Alle beurteilen den Film gut, vor allen Dingen die, die ihn gesehen haben. Musst du gesehen haben. Jetzt war ich Sonntag drin. Ich will gar nicht viel sagen, aber ich bin noch nie bei einem Film rausgegangen. Sonntag war es soweit. Also so ein Schmarrn. Ey, der Dreh. Ja, schön. Weißt du was? Patriotisch, übertrieben, schon nach einer Viertelstunde denkst du, sag mal Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Also Tom Cruise spielt super, eigentlich auch super besetzt, Regie super, Drehbuch, ich würde sagen nicht vorhanden. Das war eine Qual. Ja, aber das Drehbuch ist doch, glaube ich, nur Flugschau, oder nicht? Ja, also, aber selbst dafür ist es dünn. Selbst bei einer Flugschau gibt es ja mal eine Pommes oder eine Cola. Äh, ey, wirklich, also so ein stumpfsinniger Schmarrn, also, ja, aber ich würde mal sagen. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Und weißt du warum? Ja, äh, nein, ja, jein. Der Spiegel hat gut über den Film geschrieben. Das ist eigentlich ein Todesurteil, ne? Das ist ein Todesurteil. Wenn im Spiegel über Kultur geschrieben wird und irgendwas gelobt wird, dann kannst du sicher sein, ist der letzte Scheiß. Also, ich muss Ihnen die das schon fast empfehlen, weil ich will nicht allein auf weiter Flur stehen. Unter humoristischen Gesichtspunkten. Aber wenn du rausgegangen bist, dann war ja noch nicht mal humorvoll. Ey, wirklich, also, wir gucken uns an. Wir waren auch zu zweit drin. Und dann, ich denk, wag mal einen Vorstoß. Ich hatte natürlich eine Deckung oben, ne? Ja. Ich sag, Spatzel, ich geh gleich kaputt, ey. Ich halt halt nicht mehr aus. Und sie sagt, ey, gut, dass du's sagst. Lass uns abhauen. Ja, sehr schön. Also, wie gesagt, Tom Cruise spielt super, sieht toll aus und auch insgesamt gut besetzt. Die Regie toppt die Action-Szene gut. Aber für alle, die Inhalte lieben, bitte einen anderen Film nehmen. Ich weiß nicht, ob du Pearl Harbor gesehen hast. Der ist dagegen auf jeden Fall eine Doku. Echt? Ja. Super. Also, ich geh ja nicht so gern ins Kino, weil meine Frau hat das ein bisschen versaut, weil... Die fummelt dann immer an dir rum. Nee, nee, das wär schön. Es ist so, dass sie ihre Umgebung zurechtweist und tadelt. Muss man da so rascheln mit den Nachos? Das gefällt mir. Das gefällt mir. Können die mal das Maul halten? Super. Und sowas alles. Und sie adressiert sowas grundsätzlich an so zweimal zwei Meter Gesellen. Ich werd das nicht vergessen, ey. Wenn die nicht aufhören zu schmatzen, passiert dir gleich was und sowas alles. Und ich dann schon immer vorsichtig auf ihr Bein tippe und sage, äh, äh, du, äh, die sind stärker als ich. Das weißt du, ne? Ey, aber die spricht mir so aus der Seele großartig. Gleich nochmal liebe Grüße. Nehmen Sie mal in den Arm von mir. Ja, mach ich ja. Ich würd einfach sagen, ihr geht zusammen ins Kino. Und zwar in Topgarn. Dann kann das auch umgesetzt werden. Oh Gott. Vielleicht nimmt sie doch besser Norbert Heißerkamp mit. Ja, oder sowas. Deswegen geh ich nicht mehr so gern ins Kino, weil dann, äh, das ist mir zu gefährlich geworden. Ja. Ah. Lustig, lustig, lustig. Also jetzt, äh, resümierend bitte für alle, die jetzt, ich hab auch nicht gewagt, das schon irgendwo zu erzählen. Ja. Wenn du jetzt hörst, den findet jeder gut, dann hast du schon mal eine Gegenstimme hier, ne? Ja, super. Und das von mir. Ja. Aber ganz ehrlich, der erste Film war doch schon scheiße. Ja, der war auch, ja. Sorry, lass ich, ich. Ja, aber dieser sollte doch jetzt gut sein. Da hieß es ja, er, der erste. Das ist okay, aber dieser ist jetzt so gut. Ja, ich, komm, lass uns nicht drauf rumreiten. Ich krieg ja sowieso schon Ärger. Ey, Leute, bespuckt mich, beschimpft mich, macht, was ihr wollt. Ja, ja, der Film. Ich lese, so, ich sag jetzt mal ganz klar. Don't believe the hype. Ich lese wirklich jede Zuschrift. Ja. Aber ich werde keine Zuschrift mehr zum Rockset lesen, wenn das Wort drin vorkommt. Und ich lasse mich, wir lassen uns auch von Top Gun nicht überzeugen. So, die sind gesetzt, oder? Wer ist ein Scheiße, ey. Also, da ist jetzt keine Wertung drin, ne? Ne, du wertest diese Scheiße einfach nicht. So, und damit kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen im Leben, oder? Ja, das müssen wir uns schon fast beeilen. Was wir heute nicht schaffen, kommt nächste Woche. Nehmen wir uns ja mehr Zeit, ne? Ja, ich mach mal eben zwei ganz schnelle und sowas alles, ne? Ja, ja, bitte. Hier fragt jemand, wann kann man hier mich mit meiner Band live erleben? Kann ich dir sagen, am, Cousine fragt dir Michael, am 26.8. in Hamm auf meinem Herzenswünsche-Benefiz-Konzert. Sag noch mal das Datum. 26.8. Ja, okay, gut. Und am 28.8. spiel ich im Münster auf dem Kreuzviertelfest mit meiner Band. Beste Uhrzeit, 8 Uhr auf der Volksbankbühne. Auch sehr zu empfehlen, das Kreuzviertelfest. Herrlich, mit den vielen Kneipen drumherum, herrlich. Ja, ist wunderbar. Also, wer mich da mit Band sehen will, der kann das da machen. So, dann hat uns noch einer geschrieben, wegen dem Deppen-Apostroph bei Iggy Pops Wagenheber. Oh, Leute, das ist auch so eine Sache. Ey, ich bin mir sicher, wenn, mir war das von vornherein klar, wenn wir Iggy Pops und dann ohne Apostroph geschrieben hätten, dann hätte uns mindestens die Hälfte geschrieben, der heißt doch Iggy Pop, der heißt doch gar nicht Iggy Pops. Ja, also, in diesem Falle habe ich das einfach mal so extra gesetzt. Obwohl ich natürlich selbstverständlich den Deppen-Apostroph kenne. Ich weiß noch, ein wichtiges Argument für dieses Apostroph. Rolfs Windrose wurde ja schließlich auch mit Apostroph geschrieben. So. Damit hast du die totale Absolution. So, und damit haben wir noch eine frische Dorade da. Und wer nicht warten kann, der geht zum Burger King. Feierabend. Der geht zum Burger Kings. So, das waren die zwei Schnellen. Jetzt kommst du mit was Wichtiges. Ey, ich hoffe, achso, warte, da haben wir es, achso, ne, da bist du aber sehr kurz hier. Ich weiß es gar nicht, da ist das Deppen-Apostroph Radfahren, ach der Radfahrer hier. Also, okay, mache ich es auf meine Art. Das ist ja so halbe Werbung hier. Liebe Grüße, Markus, und der schreibt uns aus, warte, konsequent Radfahren, nun betreibe ich in Memmingen, im Allgäu ist das, er beschreibt ja einen Flagship-Store für Hersteller für E-Mountainbikes und hat uns eingeladen, da mal mitzutun. Alter, dich ja doch gleich schon richtig, beim Thema E-Bike, da bist du ja gleich schon auf den Schrank, oder? Ja, im Laufe des Textes schreiben, der ist sehr lang, leider, Markus, der Text, aber wir haben ja jetzt schon mal Werbung für dich gemacht. So, er lädt uns ein, die Idee wäre am ersten Tag von Memmingen nach Bregenz am Bodensee, dann Übernachtung, zweiter Tag weiter nach Füssen, dritten Tag zum Ausgangspunkt zurück nach Memmingen. So, jetzt schreibt er, das sind zusammen 300 Kilometer Strecke durchs Voralpenland und Alpen, ja, wofür, für 300 Kilometer, da brauche ich doch kein E-Bike. Ja, gut, dass du's sagst, sonst hätte ich es gemacht. So, das war die Zuschrift. Abgewählt. So, jetzt hier, Atze hat einen sehr berührenden Leserbrief von Michael vorgelesen, schreibt uns hier eine Cousine und, ja, das war diese Geschichte, wo das Kind in den Armen gestorben ist, wo wir geweint haben. Und dann verteufelt Till eben genau das, seine Gefühle. Er zeigt sich nach dem Brief ebenfalls gerührt, sagt aber dann verdammte Drechselnärer, mein Gott, warum? Ja, da bin ich manchmal auch ratlos, ne? Ja, das ist doch einfach nur so ein Ausdruck gewesen, verdammte Drechselnärer, weil ich geheult habe und weil ich eigentlich nicht heulen wollte, aber mich das übermannt hat. Aber das war doch nicht negativ gemeint. Also, weil sonst hätte ich es rausschneiden lassen, wenn ich das negativ empfunden hätte. Ja, ich glaube, das kam aber überwiegend auch richtig an, ne? Ja, also, liebe Cousine, ich zeige immer meine Emotionen und kann sich ganz, ganz auf der sicheren Seite fühlen. Genau darum geht's. Wir zeigen unsere Emotionen. Einfach freien Lauf, ganz genau. Und dazu stöhnen. Dazu stöhnen und dazu stehen. Entschuldigung. Gut, ja, machen wir einfach. Also, Carsten, mach dir keine Sorgen. Ich weiß, dass du uns gut findest und wir stehen zu unseren Gefühlen. So, Leute, ihr habt noch so viel geschrieben, wirklich ergreifendes Zeug zum Thema Tod und Trauer. Wirklich ganz viele lange Mails und ich erkenne daran, dass ihr euch da wirklich was von der Seele schreibt. Wir lesen die alle, aber wir können die jetzt nicht mehr vorlesen. vielleicht ist das auch nicht schlimm, vielleicht müsst ihr euch das einfach auch nur von der Seele schreiben, aber wir können nicht hier jede Woche wirklich durchs Tal der Tränen gehen. Das geht auch nicht. Nee. Das schaffe ich auch nicht, wirklich. Nein, und die Mischung macht es ja auch. Und das nimmt einen auch dann teilweise wirklich so mit. Und jetzt möchte ich eben diese Zuschrift aufgreifen. Der beste Sex kommt noch, hatten wir. Ja. Du hattest mich das gefragt, ne? Ja, ja, ja. Und da schreibt uns Cousine Roland. Hallo Atze, hallo Till, gute Frage, wirklich sehr gute Frage, das geht an dich. Zweifelsfrei leistet die holde Weiblichkeit im Idealfall einen nicht zu vernachlässigenden Beitrag, ob bester Sex, guter Sex oder kannst du vergessen. Aber lassen wir diese Tatsache mal außen vor. Soweit ich weiß, seid ihr beide Jahrgang 65, also mal schlappe sieben Jahre jünger als ich. Ich kann euch aus meiner Erfahrung bestätigen, dass vorbehaltlich eines medizinisch-biologischen Wunders die beste Zeit eurer Mehrfachrepetierer vorbei ist. Es geht eher, sagen wir mal, in den Richtungen einschüssiger Derringer, um bei Schusswaffen zu bleiben, vom Prozedere her, also Vorbereitung, sprich, um zum Pulver auf die Pfanne, Zündhütchen nicht vergessen, Harnspann abzufeuern, es braucht etwas mehr Zeit und Aufwand. Tja, tut mir leid, liebe Obercousine, ihr befindet euch in der präfinalen Phase. Insofern liegen die Zeiten ausdauernder, nicht nachlassender Virilität bereits hinter euch. Oder im Beamten-Deutsch, es tut uns leid, ihm keinen besseren Bescheid geben zu können. Um in meiner Rückschau, und in meiner Rückschau, war meine beste Zeit zwischen 40 und 50, aber Kopf hoch, Jungs, Lebbe geht weiter, eure Cousine Roland. Roland, ich habe keine Ahnung, wovon der Mann hier schreibt, wie mit 50 war deine beste Zeit, da würde ich sagen, habe ich erst noch mal einen Scheid draufgelegt, oder? Ja. Du doch auch, komm. Ja, jetzt, was sollen wir sagen, wie hieß er noch? Das sind doch Einzelfälle, die er da beschreibt, Roland. Roland. Du kannst doch nicht von dir auf andere schließen, du kannst doch nicht zwei Leute, die in Indonesien als Fruchtbarkeitsgötter verehrt werden, wie Azo und mich, die kann man doch nicht in so eine Statistik pressen. Ja, ich würde mal sagen, Roland, du hast einfach den falschen Hausarzt. Vom Urologen spreche ich hier noch gar nicht. Ja, also Roland, mir tut das sehr leid, dass es so passiert ist. Nein, Roland, lass uns ihn aufmuntern, Roland, du hast die falschen Berater um dich herum. Ja. Lasse ab, werde wach, Junge, da draußen wartet noch so viel auf dich. Ja. Und, ja, ja, du hast zu früh aufgegeben, Junge. Ja. Im Krieg nennt man sowas Defettismus. Ja, wir fangen dich wieder ein, wir ziehen dich hoch. Ja, die besten Jahre kommen noch, du wirst bei dir im Landkreis noch eine Legende. Ja, selbst so einen kleinen Motor wie du, den kann man noch hochziehen. Ganz genau, zur Not werden die wichtigsten Teile ausgewechselt und dann geht das dabei. Verdammt nochmal, wie kann man denn vom Feind so zurückschrecken. Ja, wie kann man so aufgeben, wie kann man, das hat mich auch gefühlt. Er wirft ja nicht mal mehr die Flinte ins Korn. Ach, ja, da habe ich auch wirklich gedacht, Roland, wirklich, nee, 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 du musst, nee, du musst einfach. Deine arme Perle, ey, die war, die denkt doch, das war bisher nur die Overtüre, die denkt, der Hauptfilm kommt noch. Ja, ja, aber jetzt, apropos Hauptfilm, jetzt, pass auf, da hat uns doch die Cousine, wer hat uns das denn geschrieben? So, weil das ging um deine Comedy-Veranstaltungen da im ZDF. So, Cousine Stefan hat es geschrieben. So, als Cousine der ersten Stunde hätte ich Atze natürlich gerne live gesehen, was aber nicht möglich ist, da ich schon 57 bin. Und zwar gab es tatsächlich, und er hat hier einen Screenshot gemacht, der ZDF Sommergarten oder Stand-up-Garten. Achso, wahrscheinlich die Veranstaltung, die ich eben meine, ZDF Comedy-Sommer. So, da gab es wirklich eine Information, dass es Aktionstickets gab, aktuell nur noch für 18- bis 49-Jährige buchbar. Stand da wirklich. Ach, das ist ja schön. Ja, genau, und jetzt schreibt er, die Altersbegrenzung, er hat dann angerufen und hat gesagt, das kann doch wohl nicht wahr sein, ich bin 57, ich möchte gerne auf diese Veranstaltung, was soll denn das? Dann hat man wohl die Altersbegrenzung auf der Seite entfernt. Das ist ein Hammer, echt. Also jetzt mal im Ernst, das habe ich auch noch nie gehört. Ja, und wirklich, guck dir das nochmal an, das ist alles belegbar, was er da... Ja, Hammer, ja, danke für den Tipp. Ich habe erst gedacht, das wäre ein Gag. Nee, und er fragt dann hier bei TV-Aufzeichnungen, sei ihm schon mal aufgefallen, dass das Publikum nach Optik sortiert und platziert wurde. Ja, das kann ich bestätigen. Das kannst du auch bestätigen, oder? Ja, vor allen Dingen auf der Bühne. Ja, ja, natürlich. Oh Gott, ich muss ja da mal nachgehen, das ist ein Ding. Ja, bei tvtickets.de muss das Ganze, also er hat es mit Screenshot geschickt, war schon sehr interessant. Diese Aktions-Tickets sind nur noch für 18 bis 49-jährige Buchbar, Donnerwetter. Ach so, ja, ja. Naja, da kannst du mal bitte nochmal nachhaken, was da denn los war. Oder ist das jetzt diese Jugendoffensive vom ZDF, allerdings, wenn das die Jugendoffensive ist und man stellt dich dann auf die Bühne... Ja, genau, dann verpufft das Ganze ja schon wieder. Naja, aber jetzt muss ich dir mal sagen, es war ein Ersatz-Comedien da. Ja, Comedian. Und zwar hat der eingeladen, falls mal einer Corona kriegt, falls einer ausfällt. Also wird positiv getestet, dann muss ja ein Ersatz da sein. Wobei ich natürlich bis kurz vor der Sendung davon ausging, dass sie den wegen mir eingeladen hatten. Weil irgendwie die halbe Produktion gesagt hat, das packt der nicht mehr. Das ist doch eine Frechheit. Nein, ich meine jetzt ganz im Ernst, es spielt ja keine Rolle. Da können ja junge, alte, mittelalte Komiker auf der Bühne stehen. Aber warum man das Publikum dann so auf 18 bis 49 beschränkt, das macht doch irgendwie gar keinen Sinn. Also Michael Mittermeier und ich waren uns auf jeden Fall einig, Michael hat es moderiert, dass wir nicht aufhören können. Die brauchen uns, weil sonst wäre nicht gelacht worden. Ja, absolut. Ich sage jetzt mal, ich habe es nicht gesehen, ich sage trotzdem ja zu dieser These. Und frage dich gleichzeitig, was ist dein Lied für die Spotify-Liste? Outcast, so fresh. Die mache ich ja auch gerne, dieser Outcast. Ey, das ist einfach, das ist für mich, das ist so groß. Ich bin ja kein Musikliebhaber, aber wenn ich gezwungen würde, auf einer einsamen Insel Musik mitzunehmen, dann wäre Outcast auf jeden Fall dabei. Und hey, na, und so, da haben wir ja vielleicht auch schon dreimal zu oft gehört. Deswegen, so fresh, so clean, passt ja auch zu uns. Immer wie geleckt, wie mit dem Ohr gemalt, wie aus dem Ei gepellt. Kein Outfit ist zufällig, kein Duft einfach so daher, da ist wenig Urin im Spiel, immer fresh, das sind wir. Wir sind quasi die deutschen Outcast, oder? Ja, ja, ich sage einfach ja, auf jeden Fall sind wir nicht die Deutschen, also wir sind weder die neuen Mariano und Michael, noch sind wir die neuen Amigos, aber die deutschen Outcasts, das gefällt mir sehr gut. Wir sind die Jugendoffensive des ZDF. So, ganz, ganz, ganz genau. Ja, ich bin heute auch fresh, will ich jetzt nicht sagen, aber auf meiner Liste steht Sign of the Times von Prince. Ah, geil. Ich mochte den Song immer sehr gerne. Ah, super. Bin ja nicht so der Riesen-Prince-Fan, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja, Leute, ihr könnt doch jetzt hier nicht hier mitten im Podcast anrufen. Room Service. Was ist denn da los? Deine Frau hat jetzt einen Room Service eingerichtet für dich. Aus Liebe. Notfalltelefon. Aus Liebe, ja. Ich habe mich, wahrscheinlich ist das Essen fertig. Oder, das ist in Hamlet Kino, weil du der Einzige bist, der Top Gun noch nicht gesehen hat. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich war nicht so der riesengroße Prince-Fan. Respekt natürlich, er ist ein Weltstar, er ist ein Wahnsinns-Typ gewesen. Aber dieser Song, weil er sehr spartanisch ist, sehr funky, ohne so überladen zu sein. War das mit New Power Generation oder Revolution? Nee, das war noch Prince and the Revolution, glaube ich. Ja. Mit Sheila E. Und da ist ja einfach, äh, nee, war das nicht noch, ich weiß nicht, ob Bobby Zett noch an den Drums war mit Wendy und Lisa. Wendy und Lisa, das klingt schon wieder, als würdest du eine Bühnennummer für mich schreiben. Nein, 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 das war doch, ähm, Wendy und Lisa waren doch, äh, Lisa war die Keyboarderin und Wendy war die Gitarristen. Ey, hallo hier. Here comes Wendy's Parade. Und dann hat sie doch sogar angesungen. Ja, 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 ja. Ja, äh, und ich weiß nicht, ob das Album Sign of the Times, war das noch mit The Revolution? Ich, ich bin kein Prince-Fachmann, aber den Song fand ich immer spitzenmäßig. Darum kommt er jetzt auf die Spotify-Liste. Bäh. Bäm, drauf. Alter Digga, ey. Ja, damit muss auch mal Schluss sein mit dem, mit diesen Vorwürfen, ich würde gegen Prince hetzen. Ja, ja, ich bin im Bass erstaunt, wie man so schön sagt. Ja, so, ne, da hab ich ja wohl allen den Wind aus den Segeln genommen. Sheila E. am Schlagzeug sehe ich gerade, ja, 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 ja. Doch, zu der Zeit doch mit Sheila E. am Schlagzeug? Ja, ja, ja. Ach. Und warum? Wie heißt sie nochmal? Warte, oder ist das die Live-Version? Weil ich sehe gerade Dierks Studio. Sign of the Times. Nee. Escovedo? Wie heißt sie nochmal? Escovedo? Sheila Escovedo? Die wohl heute so machen, ja? Sheila... Die ist immer noch dabei, die ist immer noch dabei, die trommelt immer noch ordentlich. Ja, du kennst sie auch, Sheila Escovedo. Escovedo. Ja, die ist wiederum die Tochter von? Äh, Pedro, glaube ich. Pedro Escovedo, der bei Santana schon an den Percussions stand. Hammer. Ist das richtig? Nee, ich kann dich nicht nachprüfen, aber ich würde mal sagen, du hast den Test bestanden. Also wer mehr wissen will, einfach mal rüberschalten, zur Musik ist Trumpf, da kommt das ganze Fachwissen dann auch her. Ja, ey, jetzt bin ich jetzt scheiße, jetzt muss ich doch wirklich scheiben, Kleister, jetzt... Wie, was hast du denn? Jetzt will ich Gewissheit haben. Du hast doch alle Fragen richtig beantwortet. Sheila I. Ja, heißt der Vater wirklich so? Ach so. Ja, hör mal... Ja, 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 ja... So, meine Damen und Herren, mit diesem Sieg, mit diesem überragenden Goldmedaille, mit dieser überragenden Goldmedaille gehen wir zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Hier vor Ort ist sie höllelos. Till Hoheneder wird gefeiert. In einer offenen Limousine biecht er gerade um die Ecke. Die deutsche Turnerjugend erbietet ihm die Ehre. Oh, jetzt eine sehr schöne Szene, ein junges Mädchen mit einem Blumenkranz überreicht Till Hoheneder, ein Blumenstrauß. Die Bevölkerung hier in Kolumbien ist begeistert. Ja. Und da wird auch schon Sheila I. nebst Vater reingefahren. Herrliche Szenen. Pedro, Pedro Escovedo, ja. Und das wusste ich noch gar nicht. Sie, also ihr Onkel von Sheila I. ist der texanische Sänger Alejandro Escovedo, den ich auch hervorragend finde. Er ist wahrscheinlich ein Drogendealer, oder? Nein. Achso, klingt so nach kolumbianischen... Aber wusstest du, dass Sheila I. mit 18 Jahren mit Carlos Santana verlobt war? Bäh. Und da er bereits verheiratet war, der alte, schwere Nöter, beendete sie die Beziehung. Bitte? Ey, heute war wirklich für jeden was dabei, oder? Ja. Hier zum Schluss noch Eheberatung und Psychologie. Ja. Und ich frage dich, jetzt auch mal eine Musiker, wie heißt der Gitarrist von Santana? Ricky King war es ganz zu Anfang, war Gründungsmitglied. Ja. Und hat sich dann mit frei, das heißt allein, in die Herzen von Roland Kaiser gespielt. Herrlich, ey. Ja. Ja, Till. Mensch, du. Hatste. Das war schön heute, ne? Das hat doch wieder Spaß gemacht. Da haben wir uns dann wieder schön zwischen allen Nesseln gesetzt, haben wir wieder... Ich kann jetzt schon sagen, nächste Woche nehme ich auch was von Prinz und dann will ich aber wissen, was aus dem dicken Schlagzeuger geworden ist, weil den fand ich immer eine Sensation. Ey, sag mal, wie hieß der denn nochmal? Ja, wir werden das aufklären. Aber ich glaube, er hieß Michael mit Vornamen. So weit hänge ich mich schon mal aus dem Fenster. Wer war denn er? New Power Generation oder The Revolution? The Revolution natürlich. Ah, okay. Dann war er New Power Generation. Ja. Und dann werde ich dir jetzt die Geschichte von Jürgen Leibold erzählen, der ein Jahr lang im Paisley Park gewohnt hat. Ja. So. Jetzt müssen wir aufhören, weil sonst legst du jetzt noch 20 Minuten oben drauf, weil ich nicht locker lasse, aber die Essensglocke klingelt und da werde ich auch schon fürsorglich von Schwester Gisela. Ja, deswegen habe ich gesagt, deine Frau hat aus Liebe jetzt einen Room Service eingebaut bei euch. Ja, ich sehe schon hohe Hacken, knappe Schürze. Wie sagte schon Stefan Remmler? Ja. Keine Sterne in Athen. Ein hoher Schuh, ein schlankes Bein. Achso. Rums, da fällt der König. Diesen Ratschlag, den man auch unter der Woche über benutzen kann, entlassen wir euch jetzt mal ins erotische Zauberland, ins wahnsinnige Deutschland. Oder hieß es glaube ich nicht. Ein hoher Schuh, ein schlankes Bein, endlich, endlich, endlich eine Frau. Ach, was immer. Ja. Roland, wir beten für dich. Tschüss Motherfucker. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Gut. Ich weiß nicht. Den kann ich nichtsanhzig.